Ich hab Angst. Ist was passiert? Einfach Schlimmes. Hallo? Ich rufe wegen Ihres Sohnes an, Sir. Mein Sohn ist im Irak. Er war im Irak, Sir. Er ist seit vier Tagen wieder in den Staaten. Willst du mir irgendetwas sagen? Warum darf ich dich nicht begleiten? Wenn er irgendwo rumheckt und feiert, kann er seine Mutter bestimmt nicht gebrauchen. Glauben Sie nicht, dass ich mir keine Gedanken mache, aber Ihr Sohn dürfte jeden Moment hier reinschneiden. Sir, es tut mir leid, aber heute Nacht wurde eine Leiche gefunden. Ich muss sehen, wo er gestorben ist. Da gibt es nichts zu sehen. Der Mord geschah in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Genau da trübt sich das Bild. Haken ein, Leute! Die Jungs mit den polierten Abzeichen konnten. Hätte Ihre Spurensicherung sorgfältig gearbeitet, hätten Sie Blutspuren gefunden. Ich muss eine Unterkunft sehen. Darf ich die mitnehmen? Sie wollen die Videos? Was machen Sie? Jede Sekunde, die wir für die Ermittlung verlieren. Haben Sie nicht gerade erklärt, Sie tun, was man Ihnen sagt? Sie wissen sicher, was zu tun ist. Haben Sie diese Soldaten hier gesehen? Ja, die waren hier. Sie befragen die Zeugen nicht. Das sollte aber jemand tun. Warum sagen Sie mir nicht, was passiert ist? Es ist nicht so einfach. Finden Sie raus, warum die lügen. Es muss frustrierend sein, nur inkompetenten Idioten zu begegnen. Nicht nur ich habe einen Video gemacht. Wenn jemand auf Sie zurücktötten, Sie ihn. Sie haben keine Ahnung, was im Irak los war. Es ist seine Stimme auf dem Video. Was für ein Video? Er wollte, dass ich ihm helfe. Sie sind ein guter Vater. Sie müssen nicht beweisen, dass Sie ihn geliebt haben. Sie sind ein guter Vater.